Das kann's ja nicht sein. Das gibt's ja nicht. Solltest vielleicht was anderes ausprobieren oder so. Oh scheiße, ich bin keller runter. Ich geh halt irgendwo hin. Auf den Maul, please. Ach Gott, das will. So den Trottland schon. Ich hab was vergessen. Ich habe schon... Ich könnte... Ich bin nervös. Georg hat von mir schon genug, worüber er sich... Ich bin nervös genug. Mach einmal mit dir... Lustertypen. Es gibt nichts, was ich ihm sagen könnte, dass jetzt noch etwas endet. Da haben wir definitiv alles. Es hat irgendwas mit der... Loge da oben zu tun. Da bin ich mir ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Das überspringen, ja. Weil... Ich... Auf sie. auf die Tür drückt. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Muss ich da die Tür einzeichnen oder was? Scheiss Scheinwerfer. So, dann weiß ich jetzt wieder nicht wie man weiterkommt, wie immer. Ich glaube, das Spiel hat allgemein irgendwas. Ich mag nicht so lange miteinander litschen auf einem Fleck, nur weil das nicht funktioniert. Die anderen, die Sitze sehen bequem aus. Dies, 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 die Sitze. Ich habe schon ein... ... 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 wird das heute doch nichts mehr durchspielen, das kann es ja nicht sein. Ein Haufen sieht aus wie viele Ab was ist denn das jetzt? oder ein Schlüsseler nicht viel da so jetzt geht's rein es ist abschließbar prima ein Wahnsinn so dann bitten wir uns noch einmal den Dreck ok umdrehen kann sie sich nicht auch interessant so noch einmal Sitzplan schau sie geht raus normal geht das gar nicht wenn ich ihm in der Hand habe und klicke vielleicht muss ich mal anschauen es ist eine Sitzplan die mittlere Loge macht den Eindruck als wäre es der beste Platz im Haus das ist ganz nicht wahr das ist nicht wahr die mittlere Loge macht den Eindruck als wäre es der beste Platz im Haus es ist eine Sitzordnung für das Theater es ist eine Sitzordnung für das Theater es ist eine Sitzordnung die Die mittlere Loge macht den Eindruck, als wäre es der beste Platz im Haus. Ich mag das nicht nochmal neu starten, das tue ich mir jetzt sicher nicht an. Entweder es geht oder es geht nicht. Ich bin nervös genug. 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 Ich bin nervös genug.